Hallöchen Leute, hier ist euer Russell 770 für Hype 770. Willkommen zur neuesten Kanalvorstellung und Bewertung. Diesmal geht es um den Kanal von Freak War LP. Krieg beim Freak. Es ist cool. Schauen wir uns wie bei jedem Kanal das äußere Erscheinungsbild an. Es ist wieder auch so ein langer Kanal. Das heißt, er hat schon ordentlich Videos hochgeladen. Kanal Design ist sehr schlicht. Da solltest du mal gucken, ob du da vielleicht einen findest oder du hast es selber gemacht. Du kannst es dann selber machen. Das ist ein neues Design, der ein bisschen macht. Du hast ein bisschen freakiger aussieht. Sagen wir mal hier dann Freak War LP. Hier vielleicht. Oder ein bisschen Spielfiguren von The Witcher oder Call of Juarez oder Dead Space. Dass du da vielleicht mal so ein bisschen was, ein bisschen Pepp reinbringst. Das kann ich dir mal so empfehlen. Avatar Bild sieht echt geil aus. Aber hier muss ein bisschen was passieren. Weil Kanal Design ist immer so das Aushängeschild eines Kanals. Da soll man sich dann sozusagen, oh ja, gleich geborgen fühlen. So ungefähr kann man das ausdrücken. Also hier muss ein bisschen was gemacht werden. Wenn du Renders suchst, du kriegst ja bei Planet Renders oder gibst bei Google Bilder. Müssen aber Renders sein. Das erleichtert das immer. Das sind nämlich schon ausgeschnittene Bilder. Und die kann man dann leichter ins Kanal Design einarbeiten. Entweder Planet Renders oder bei Google als Renders suchen. Zum Beispiel The Witcher Renders als Bild eingeben. Und dann findest du hier coole Bilder von The Witcher oder auch Call of Juarez oder Dead Space oder sonstiges. Gut, weiter kommen wir jetzt zum Rundown. Und dann werde ich noch ein bisschen mehr über den Kanal erzählen. Ja, mehr gibt es nicht aufzuklicken. Aber ist ja auch egal. Ich lese mal vor. Name ist natürlich Freak. Das wäre noch cool, wenn du hier deinen Originalnamen, also deinen Realname mit reinbringst. Das wäre ein bisschen persönlicher. Letzte Aktivität interessiert keinen Mitglied. Er ist seit 14.11.2011 dabei und hat 20 Abonnenten und 10.333 Videoaufrufe. Also Videoaufrufe mäßig bombastisch. Also ich find's cool. 20 Abonnenten. Schauen wir gleich mal, ob es vielleicht an den Videos liegt. Aber wenn man hier schon mal sieht, 720p. Und das kann ich schon mal vorweggreifen in sämtlichen Folgen. Und auch wirklich total cool. Auch schon im Vollbild alles. Also keine Render hier oben, unten, links oder rechts. Alles in 720p HD. Dann über Krieg beim Freak. Das ist Saboten. Spam, Werbung, Beleidigung, Spoilern. Bei Blind Titeln. Sub for Sub Anfragen oder Box for Box. Also da hat er keinen Bock drauf. Kann ich verstehen. Aber hier solltest du noch ein bisschen persönlicher werden. Zum Beispiel. Hallo Leute. Willkommen auf dem Kanal. Auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass euch meine Videos gefallen. Bla und blub. Und ich gleich hier mit Verbot anfangen. Das kommt immer so ein bisschen. Ja. Unpersönlich finde ich das ein bisschen. Da vielleicht ein bisschen mehr über dich schreiben. Ich mache das und das. Oder das und das ist geplant. Weil man sieht auch nicht, was läuft. Was läuft. Laufende Let's Plays. Ja, Clue. Ja, okay. Dead Space, Call of Juarez läuft. Und The Witcher. Aber was so geplant ist und so weiter. Das vielleicht hier auch nochmal mal so mit reinbringt. Dass ein bisschen mehr steht. Und das hier. Okay, das mag keiner. Aber das vielleicht auch ein bisschen weiter unten hinsetzen. Und hier mal so ein kleines. So eine kleine Einleitung für deinen Kanal schreiben. Weißt du? So, ja. Wie gesagt. Herzlich willkommen. Hier ist mein Kanal. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Ich heiße so und so. Und mache Let's Plays. Was weiß ich. Oder weißt du, wenn du noch was anderes machst. Dann auch rein damit. So ist das ein bisschen auch vom Kanal. Die Seite ein bisschen unpersönlich. Ich darf vielleicht ein bisschen mehr machen. Gut. Dann schauen wir mal in die Videos. Und kommen zum ersten kommentierten Let's Play. Und das ist Let's Play Prey. Reimt sich auch wieder. Krieg beim Freak. Let's Play Prey. Also es passt. Und da schauen wir mal rein. Ich bin da mal ruhig. Hey Leute. Willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Let's Play Prey. Prey ist ein Ego-Shooter aus dem Jahre 2006. Entwickelt von Human Head Studios. Und viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, Human Head Studios noch nie gehört. Aber das ist auch kein Wunder. Das ist, soweit ich weiß, das erste Spiel von denen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil. Es ist ein sehr gutes Spiel. Und hat auch international sehr gute Kritiken bekommen. Und gepublished wurde es von 3D Realms. Das sind die, die Duke Nukem Forever entwickelt haben. Gut. Dann beginnen wir mit dem Spiel. Das Casino, das kann man nur betreten, wenn man das Spiel schon mal durch hat. Und den Cherokee Modus kann man erst absolvieren, wenn man normal geschafft hat. Und das ist unser Charakter. Hier auf dem Bild. Und wir werden auf normal spielen. Gut. Dann beginnen wir mal. Letzter Aufruf. The world is full of stories. And from time to time, they permit themselves to... What are you looking at? Real tough guy. Can't even tell you love her. I gotta get off this damn reservation. If she just come with me, it'd all be different. It'd all be... Bei welchen Schwierigkeitsgrad. Has anyone ever cleaned this place? Äh, wie gewählt haben. Und... Das erste, was auffällt, das Spiel sieht aus wie Doom 3. Aber das ist auch gar kein Wunder, denn da wurde die Doom... Doom 3 Engine verwendet. Bei der Entwicklung. Gut. Ja. Kann man nicht meckern. Also vom Kommentar-Stil ist wieder ein bisschen ruhiger gehalten alles. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber er kommentiert richtig gut. Für das erste kommentierte Let's Play ist das echt cool. Und hast auch schon ordentliche Videoaufrufe. Aber hier wenig Kommentare. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Weil mir gefällt es richtig gut. Und das... Und für das erste gleich hier ohne Render an den Seiten. Gleich 720. Also... Entschuldigung. Was will man mehr? Was will man wirklich mehr? Also... Da kann man wirklich nicht meckern. Ach, jetzt bin ich... Hab ich vergessen. Ich wollte ja noch zu den Tags was sagen. Alles super ausgefüllt. Nur deinen Kanalname solltest du wirklich zu Anfang in die Tags setzen. So wie er geschrieben ist. Dann hier vielleicht Krieg beim Freak noch mit rein oder sonst was. Dass du dann weniger Fremdkanäle an den rechten Seiten hast. Dann hast du mehr von dir. Weil so ist immer die Gefahr, dass die Leute auf andere Videos klicken. Und dann kommen sie immer weiter von deinem Kanal weg. Deswegen Kanalnamen immer zu Anfang mit rein. Gut. Dann kommen wir jetzt zum neuesten. Und das ist Let's Play The Witcher. Der 19. Part kam vor 14 Stunden. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. Viel Spaß. Hey Leute. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir sind leider immer noch betrunken. Und um erstmal nüchtern zu werden. Dann müssen wir natürlich schlafen. Wenn auch im späteren Spielverlauf. Ein Trank. Ja. Ein Rezept für einen Trank bekommen. Was dafür sorgen wird, dass wir halt nicht mehr betrunken sind. Aber das kann noch lange dauern. Bis wir diesen Trank bekommen. Bis dahin müssen wir entweder so lange warten, bis wir wieder nüchtern sind oder schlafen. Was hat denn der Hund? Reden wir mal mit ihm. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinops Dornen. Was bewachst du denn? Tja. Ich könnte den Hund jetzt töten. Oh, kann ich gerade nicht zeigen. Aber ich könnte es. Aber das würde mir eh nichts bringen. Also lasse ich es lieber. Und ja. Wir gehen einfach mal weiter. Und was machen wir jetzt eigentlich? Ich würde sagen, wir gehen zum Geistlichen. Ja, das werden wir auch machen. Wir werden dem Geistlichen die Informationen über die Bestie mitteilen. Und da läuft immer noch die Katze. Ach ja. Wir müssen ja auch noch für Kalkstein fünfmal Ghoulblut auftreiben. Wir haben ja schon ein Ghoulblut. Aber ja. Das müssen wir halt nachts machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich, wenn wir mit dem Geistlichen gesprochen haben. Ja, das war das Neueste. Let's play The Witcher 19. Part 19. Eine neue Karte. Kam, wie gesagt, vor zwölf Stunden. So. Hier wieder, ne. Das gleiche Problem. Wirklich dein Namen. Als erstes in die Texte schreiben. Ich sollte mich auch beschäftigt. Auch bei Steam stehen. Also, merken auch bei Steam auf beschäftigt stellen. Dann hast du hier wieder, wie gesagt, weniger Fremdkanäle. Weil das ist ja schon echt viel, was hier auch so an Fremdkanälen ist. Und das ist immer die Gefahr, dass dann die Leute wegklicken von deinen Videos. Aber ansonsten vom Kommentarstil. Es ist wieder einer, der ein bisschen ruhiger kommentiert. Aber auch durchgängig, flüssig. Man versteht ihn super. Der Spielsound ist nicht zu laut, nicht zu leise. Also alles wunderbar. Also ich kann wirklich nicht so jetzt sagen, das und das müsstest du besser machen. Weil vom Kommentarstil her, jeder hat seinen Stil. Manche sind ein bisschen hitziger beim Kommentieren. Manche etwas ruhiger, aber durchgängig bei dir auch. Und das ist das, was zählt. Selbst ich schaffe es nicht, immer komplett durchgängig zu kommentieren. Ich versuche es immer. Aber irgendwie ist man dann immer abgelenkt, weil man sich konzentriert und so. Und das ist bei dir ja auch ein bisschen, aber nicht so gravierend wie bei mir manchmal. Okay, jetzt aber genug dazu. Wie gesagt, kurze Zusammenfassung. Avatar-Bild sieht top aus, sieht geil aus. Kanal-Design, müsstest du noch ein bisschen was machen. Wie gesagt, ein paar Renders hier mit reinnehmen. Und auf jeden Fall, das macht zwar jeder, aber sollte man machen, den Kanalnamen hier. Damit du gleich, wenn du so auf deinen Kanal kommst, boff, da bin. Das ist mein Kanal. Und dann hier halt ein bisschen mehr über die Schreiben. Weil so ist das noch so ein bisschen unpersönlich. Vielleicht wenigstens dein Real-Name mit rein. Hallo, hier ist bla bla bla. Das ist mein Kanal. Denk dir was Schönes aus. Und dann das hier, das mag zwar keiner, aber die Regeln sollten drin sein. Aber halt ein bisschen unten. Kann man ja auch machen, wenn sie auf mehr. Du hast jetzt Platz hier oben für 150 Zeichen. Und dann solltest du hier bei dem Playlist vielleicht als Link reinkopieren. Dass du hier nur, was weiß ich, Favoriten oder so, dass du die hier hast. Und die restlichen so halt in die Playlist als Link reinsetzen. Ja, ansonsten bleibt wirklich nicht viel zu sagen. Schaut bei dem Kanal wirklich mal vorbei. Verdient hat er es auf alle, alle Fälle. Und kommentiert ihn, bewertet ihn, macht sonst was mit ihm. Und wenn euch seine Projekte wirklich zusagen, dann abonnieren. Aber nicht darauf warten, dass er zurück abonniert. Weil hier steht es ja Sub for Sub oder Box for Box. Macht er nicht. Ja. Das war's mit der Kanalvorstellung. Und Dead Space ist auch ein super Projekt von ihm. Also ich find's geil, wie er das macht. Auf jeden Fall. Potenzial ist hier echt vorhanden. Und da bin ich echt gespannt, wie der Kanal sich dann entwickelt. Kannst ja mal unten reinschreiben, wie du das Video von dir gefunden hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und dass du die Anregung vielleicht annimmst oder nicht. Das ist immer jedem selber überlassen. Ja, das war meine kurze und knappe Kanalvorstellung. Vorgestellt habe ich den coolen Kanal von Freak War LP. Kriegt beim Freak. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und schaut ihn euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall bei ihm. Also, habt noch einen schönen Tag, so einen Aufs- und Untergang. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Ich bin hier jetzt raus. Das war Russell7700 für Hype7700. Wollt ihr auch mal vorgestellt werden? Dann schickt uns eine PN mit dem Betreff. Kanalvorstellung. Und wir werden uns liebend gerne darum kümmern. Kann ein bisschen dauern, bis wir euch antworten. Weil wir sind nicht... Ne? Ihr seht ja unsere Liste. Auf unserem Kanal. Es kann ein bisschen dauern, bis ihr drankommt. Also, habt noch einen schönen Tag, so einen Aufs- und Untergang. Ciao, ciao, bis dann die Manski.